Morgen Leute, zu den ersten Videos die ich aufnahm gehören Bummel in Jomtien Teil 1 und Teil 2. Die beiden Videos fasst sich jetzt in einem Video zusammen und überarbeitete sie noch einmal mit meinem neuen Bearbeitungsprogramm. Rein Interesse halber um zu sehen ob es da einen qualitativen Unterschied gibt. Viel Spaß beim Anschauen und lasst mich wissen ob ihr da einen Unterschied erkennen könnt. Musik 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 Hmm Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020